In diesem Video soll es um den Milcheinschluss gehen und wie man sich etwas Erleichterung schaffen kann, wenn man wirklich das Gefühl hat, die Brust ist wahnsinnig schwer, sie fühlt sich sehr geschwollen an und jede Berührung schmerzt, denn man kann Erleichterung schaffen, zum Beispiel durch ein Erwärmen der Brust. Also man sagt immer so, dass man die Brust erwärmt, dann stillt oder pumpt und danach die Brust quasi kühlt und die Erwärmung kann man zum Beispiel machen mit feucht-warmen Wickeln, sodass ihr einfach ein Molton-Tuch, ein Spucktuch nehmt oder einen Waschlappen, den ihr im feuchten, warmen Wasser tränkt und dann auf die Brust legt, gerne die Brustwarze aussparen und bitte gucken, dass ihr es nicht zu heiß macht, nicht, dass ihr euch verbrennt, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann aber auch zum Durchwärmen einfach ein Körnerkissen nehmen, auch das machen ganz, ganz viele, kann man ja in der Mikrowelle oder im Backofen warm machen und auch dann einfach auf die Brust legen, je nachdem wie groß das ist, kann man das vielleicht auch so drum herum legen und es gibt mittlerweile auch so Kompressen, die man warm und kalt machen kann, die man dann auch auf die Brust legen kann, ist natürlich auch sehr angenehm, auch hier die Aussparung der Brustwarze und auch hier bitte gucken, nicht auf die nackte Haut legen, sondern dann zum Beispiel diesen Schutzvlies drum herum, einfach damit man verbrennt, und dann kann es gut sein, dass ihr beobachtet, wenn ihr die Brust durchwärmt, dass auch durchaus vorne sich die Brust dann schon etwas Erleichterung schafft und etwas Milch von alleine rausgetropft kommt und genau dadurch verspürt man dann quasi schon so diese erste Linderung, dadurch, dass die Brust sich etwas entspannt. Das war jetzt das Durchwärmen, dann sagt man ja immer stillen und danach kühlen und kühlen könnt ihr zu Hause zum Beispiel auch total gut mit Quark wickeln, das habe ich euch hier mal vorbereitet, man kann auch kühlen mit Buttermilch wickeln, man kann auch kühlen mit Kohl wickeln, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich zeige euch jetzt mal, wie man Quarkwickel ganz einfach zu Hause machen kann. Ihr braucht Zeva, ich würde so zwei Bahnen, quasi zwei Tücher aneinander rein, dann gekühlten Quark, also wie gesagt gerne aus dem Kühlschrank, dann hier so eine Bahn ziehen von ungefähr sieben bis zehn Zentimeter Breite, damit da wirklich auch ausreichend Quark ist und schön viel Kühlung quasi entsteht und das hat wirklich einen ganz angenehmen Effekt, also Schmerz lindern und auch so einen abschwellenden Effekt. Dann verteilt ihr das quasi hier wie so eine Bahn und dann schlagen wir gleich nochmal eben die Enden ein, damit da nichts raustropft, nichts rausläuft, dann auch das kann ja natürlich mal passieren, aber ich würde mich auch wirklich für den Wickel quasi oben ohnehin setzen, also hier einmal die beiden Kanten umschlagen und hier einmal umschlagen und dann könnt ihr den Wickel einmal so überschlagen und dann kann man ihn quasi einmal wirklich direkt um die Brust so drum herum legen, auch hier bitte ganz wichtig, die Brustwarze aussparen und dann kann man das Ganze schön fixieren, indem man so ein Netzhöschen hier nimmt, ich würde das einfach in der Mitte einmal durchschneiden und dann könnt ihr nämlich dieses Netzhöschen euch überziehen, das ist ganz praktisch, dann kann man sich nämlich ganz gut bewegen mit diesem Quarkwickel und der verrutscht nicht ständig, dann zieht man sich das quasi einfach einmal über und macht dann da drunter diesen Wickel, sodass der dann auch quasi auf Position bleibt, ihr könnt aber auch etwas anderes nehmen, manche nehmen auch ein Tuch, was sie darüber machen und dann, um das zu fixieren, aber jetzt könnte man hier drunter quasi den Wickel machen, ihr könnt das noch abholstern auch mit dem Spucktuch, müsst ihr aber nicht so, wie es angenehm ist und dann belasst ihr den Wickel so 10-15 Minuten auf der Brust, also so lange, wie es auch Kühlung verschafft. Wenn ihr mit wunden Brustwarzen zu tun habt, dann gerne natürlich entweder hier Luft dran lassen oder wenn ihr Angst habt, dass das Netzhöschen daran festkleben könnte, gerne die Brustwarze dann auch abpolstern mit einer Stillanlage oder mit einer Kompresse, so kann dann quasi nichts passieren. Ja, jetzt habe ich euch ja hier den Quarkwickel einmal gezeigt und wie man die Brust durchwärmt. Ich muss sagen, gerade beim ersten Milcheinschuss war ich schon etwas überfordert, weil meine Brust einfach wahnsinnig weht hat und, wie gesagt, extrem gespannt hat und wirklich das Durchwärmen, Stillen und Kühlen hat mir ganz viel Erleichterung geschaffen und ungefähr nach 48 Stunden, 72 Stunden, war dann der Milcheinschuss auch abgeklungen und dann war die Brust wieder deutlich weicher, viel entspannter und es war alles viel, viel angenehmer, aber auch zwischendurch, wenn ich mal einen Milchstau hatte, das war nicht so oft, ein, zweimal, habe ich auch zwischendurch Quarkwickel gemacht, einfach auch um so eine abschwellende, entzündungshemmende Wirkung hervorzurufen und auch dafür kann man einfach diese Wickel super gut anwenden. Also testet euch da einfach mal durch, was für euch das angenehmste für zu Hause ist, auch das praktikabelste für zu Hause ist und testet es aus.